Der Fredik Hex, ein Freund von mir aus Stynat, dem ist auch so gegangen. Da war auch der Sommer dafür verantwortlich, dass er die große Liebe des Lebens dann doch nicht gefreut hat. Und zwar, der Fredik Hex war lang mit der Felicia, mit einer Spanierin zusammen. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und er hat lang gebraucht, um ihr diesen wahren Grund zu nennen. Felicia, ich sag dir jetzt die Wahrheit, ich bin ein Wasser, Hossa, ich mag das Wasser nur gefroren. Ich mag nicht baden gehen, ich mag nur Ski fahren. Felicia, ich bin ein Schneegernäuser frischer. Des is ka Scherzall, für die is des göbe Herzall. Felicia! Ja! Das ist auch eine Alternative zur kalten Zeit. Wenn Sie diesem ganzen Weihnachtsstress entfliehen wollen und den Verwandten besuchen, dann ist es ja das Schönste, als Mann, sag ich jetzt mal, ich kann ja nur aus der Sicht des Mannes reden, ist es ja schön, mit einer Männerpartie wirklich nur Männer auf Skiurlaub zu fahren. Ist das toll? Weil wenn man mit einer Männerpartie auf Skiurlaub fährt, da is ja Skifahren wirklich nur ein sekundärer Grund. Ja! 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 Aber komm her, wir fahr mit Ski als Österreicher. Hallo? Sa Luft? Blaas Nost? Prost! Wir sind da, da wird heut uns den besten Obstlerführer. Hallo? I wo am Klo? Sa Neno? Alle da? Und dann nix. Und zum Glück für nur mehr 50 Schick. Hey, mir plätschen nur mehr Jager-Tee. Nur mehr Jager-Tee. Nur mehr Jager-Jager-Tee. Tu mir rum in den Jager-Tee. In den Jager-Tee. Aber ich schee, wir plätschen weiter nur mehr Jager-Tee. Nur mehr Jager-Tee. Nur mehr Jager-Jager-Tee. Mai Debmeator-Seilycz. Die descrição nur mehr Jager-Tee. Nur mehr Jager-Tee. Und dann nix. Alles super, du motivell. Mir jetzt laugert.